Moin und Willkommen zu diesem kurzen Video. Heute zeige ich dir, wie man eine Handling-Meta richtig einstellt. Beziehungsweise wie man die Geschwindigkeit von deinem Fahrzeug anpasst, wie man die Masse, also dein Auto, schwerer macht, wie viel Tankvolumen das Fahrzeug haben soll, wie schnell es bremsen soll und so weiter. Fangen wir sofort an. Das ist jetzt eine Handling-Punkt-Meta. Die brauchen wir dafür, damit das alles klappt, damit das Auto sieht, okay, so schnell darf ich jetzt maximal fahren, so ist jetzt die Beschleunigung. Und zwar hat man hier in der Handling-Meta ganz viele Dateien. Das ist auch normal so. Als erstes müsstet ihr bei der Handling-Meta den Handling-Name umändern zu eurem Fahrzeug. Bei mir ist es jetzt der Firetruck 3, aber ihr könnt ihn gerne umändern. Ich werde eine andere Version der Handling-Punkt-Meta nochmal in die Videobeschreibung packen, also die ganze Auto-Vorlage. Und ja, Firetruck 3, also in den Handling-Name muss immer den Spawn-Name vom Auto rein. Das muss eigentlich so. Und natürlich wie hier alles kleingeschrieben. Also bis hier bleibt erstmal alles gleich. Außer natürlich eben dieses Firetruck 3. Und zwar werde ich jetzt viele Dinge erklären, was das bedeutet, aber nicht bei allen Dingen. Also ich werde das Wichtigste nennen. Ich werde euch im Internet nochmal eine Seite verlinken, wo dann wirklich jedes nochmal einzeln steht, was was bedeutet. Weil ich glaube, wenn ich das jetzt alles durchgehe, dann wird das Video ein bisschen zu lang. Naja, auf jeden Fall starten wir sofort. Und zwar ist die F-Mess hier in Line 7 die Masse. Wie das F-Mess heißt schon sagt, ist das die Masse. Und die ist angegeben in Kilogramm. Das heißt, unser Auto ist in dem Fall 1400 Kilogramm. Das können wir so hochschrauben, wie wir wollen. Wir können ein paar Nullen hinzufügen, wir können ein paar Neunen hinzufügen. Alles, wie wir es eben haben wollen. So, dann machen wir jetzt weiter mit dem Interior Drive Gears. Das heißt, übersetzt, das heißt, wie viele Gänge das Auto haben soll. Also soll das Auto jetzt 10 Gänge haben oder wie eigentlich ein Standardauto nur 5. So, dann müssen wir nochmal einen hochgehen in Seite 12. Das ist die Drive Buyer's Front. Das heißt, ob der Heckantrieb hat, ob der Frontantrieb hat oder ob der Allradantrieb hat. Das sehen wir hier auch auf dieser Webseite. Bei F-Drive Buyer's Front sehen wir 0,0 bedeutet, dass das Fahrzeug Heckantrieb hat. Der Wert 1 bedeutet Frontantrieb. Alle Werte zwischen 0,1 und 0,99 sind Allradantrieb und 0,5 geben, soweit dem vorderen als auch den hinteren Achsen die gleiche Kraft und sind perfekte 4WD. Also ungefähr auch wie Allradantrieb, nur irgendwie verteilt. Das verstehe ich auch nicht ganz. Genau, dann geben wir 2 runter bei Interior Drive Force. Das ist der Wert, wo man einstellen kann, wie schnell der Beschleunigen soll. Das heißt, wie schnell soll das Fahrzeug beschleunigen. Auch hier sehen wir wieder eine Tabelle. Also ein Wert über 1 bzw. 1 heißt, verwendet die Berechnung Antriegskraft unverändert. Das heißt, das ist jetzt so, wie es schon eingestellt ist. Das Fahrzeug fährt wie jedes Standard-GTA-Auto an, ganz normal. Werte unter 1,0 geben dem Fahrzeug in der Tat weniger Angriffskraft. Das soll, soweit ich weiß, heißen, dass die Beschleunigung dann eben ein bisschen runtergesetzt wird, dass er langsamer beschleunigt. Und alle Werte über 1 heißt dann mehr Beschleunigung, schnellere Beschleunigung. Dann gehen wir ein bisschen weiter runter nach Interior Drive Max Flat Wheel. Das heißt, die ungefähre Höchstgeschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit. Das ist jetzt 40, das könnt ihr jetzt auf 440 oder, oder, oder einstellen. Also das ist sozusagen die Höchstgeschwindigkeit, aber es heißt nicht, dass der die Höchstgeschwindigkeit auch wirklich erreichen wird. Also das ist ungefähr so ein Rechtwert, wie schnell der fährt, so ein Rechtwert. Dann Brake Force. Brake Force, wie der Name eigentlich schon sagt, ist die Bremse, wenn man S drückt. Wie schnell soll der abbremsen, wenn man S drückt. Brake Bias Front heißt sowas, sowas wie, wenn man kein Gas mehr gibt, dann bremst das Auto automatisch langsam ab. Wie im Start GTA, dann bremst das langsam automatisch ab. Das könnt ihr jetzt auch mit dem Brake Bias Front machen. Und zock, könnt ihr einstellen, wie schnell der abbremsen soll, wenn ihr jetzt kein Gas mehr gibt. F Hand Brake Force sollte eigentlich auch verständlich sein. Ist einfach die Bremsstärke, wenn ihr jetzt die Handbremse zieht. Und ja, das sind so die wichtigsten Dinge zu Handling.meta. Falls ihr jetzt noch andere Dinge einstellen wollt oder so, was ich jetzt hier nicht gesagt habe, dann könnt ihr jetzt hier einfach auf der Webseite gehen, die ist wie gesagt unten verlinkt. Und da ist dann zu jedem Wert, der da steht, auch verlinkt, was was bedeutet. Da könnt ihr dann einfach drauf gehen, einfach durchlesen. Das könnt ihr hier euch einfach auf Deutsch übersetzen. Und ja, das war es dann auch schon von diesem Video. Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.